Die Entwickler haben auf Twitter ein neues Pack für morgen Abend angeteasert, mehr dazu in diesem Video. Soeben hat die offizielle EA-Seite ein interessantes GIF geteilt, welches ein neues Accessoire-Pack für morgen anteasert. Da die Entwickler schon verraten haben, welche Themen kommen werden, wissen wir bereits jetzt, dass es sich hier um das neue Moschino-Accessoire-Pack handeln wird. Für alle, die es nicht wissen, Moschino ist eine italienische Modemarke mit eher ausgefallenen und verrückten Stilen. Mit dem kleinen Accessoire-Pack wird es ebenfalls eine neue Modefotografenkarriere für die Sims geben. Diese Jacke der Frau sieht auf jeden Fall schon mal sehr ausgeflippt aus und trifft nicht wirklich meinen Stil, aber dafür gefällt mir diese lila Jacke gut. Wie die anderen Objekte aussehen werden, kann man dann morgen Abend in meiner Trailer-Analyse sehen. Was denkt ihr über das kommende Pack, welches vermutlich am Dienstag, den 13. August bereitstehen wird? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video!